Mach dir doch nichts draus, jedem geht es mal nicht so gut. Kennst du das? Schlaue Ratschläge aus dem Umfeld kennen Endometriose-Betroffene zur Genüge. Die zahlreichen Symptome und Folgen aufgrund der Erkrankung sind vielen Menschen nicht bekannt, denn Endometriose besitzt immer noch ein Schattendasein. Das geht damit einher, dass Betroffene häufig wenig Anerkennung und Verständnis für ihre Beschwerden bekommen. Die gute Nachricht ist allerdings, es gibt Behandlungsoptionen und du bist nicht allein. Auf unserer Webseite findest du Informationen und hilfreiche Kontakte und Webseiten, wo du dich austauschen kannst.